Das ist der Maibach von Fritz Hardach, ein Achtel Liter aus dem Jahre 1932. Fritz, du bist auf der rechten Seite ausgestiegen. Wie kommt das? Du hast die Tür im Moment offen, dass die Kamera mal reinschauen kann. Wieso ist das Lenkrad rechts bei diesem Maibach? Du musst dir vorstellen, dass die Straßen früher viel schmaler waren. Und mit einem solchen großen Auto bist du im Prinzip Straßenmitte gefahren. Und wenn dir Gegenverkehr kam, konntest du mit dem Rechtslenker besser die rechte Straßenseite beobachten und bis ganz nach rechts anfahren. Also der Wagen ist immer in Deutschland gewesen. Aber toll, man könnte fast sagen, es ist ein deutscher Rolls-Royce, oder? Es hat ja nur etwa 180 Stück davon gegeben. Ja, manche behaupten, es ist der deutsche Rolls-Royce. Und wir Maibachler, wir hören das natürlich gerne. Hören ist der richtige Augenblick. Wir machen mal die Motorhaube auf, um diesen unhörbaren Zwölfzylinder-Motor kennenzulernen, der hier eingebaut ist. Wilhelm Maibach hat von Anfang an gesagt, von allem nur das Beste, das Teuerste und Haltbarste. Er hat es Zeppelin genannt, um deutlich zu machen, das ist ein Motor, der auch in einem Luftschiff nie versagen wird. Aber Fritz, ich glaube, der war überhaupt nie in einem Zeppelin eingebaut. Der war mit 8 Liter Hubraum, war er viel zu klein für einen Zeppelin. Mit einem Zeppelin zu verreisen, war der absolute Luxus. Und das sollte der Schriftzug Zeppelin sein, auf der Erde der Luxus ist, mit einem DS-8, Doppel-6, 8 Liter Hubraum zu fahren. Daher der Name Zeppelin. Wenn man jetzt hier reinguckt in den Motorraum, das ist schon hochkarätigste Technik, die beiden V-Reihen nebeneinander. Ja, wunderbar, auch nachgedacht, sehr einfach. Die Aggregate, die notwendig sind, sind in der Mitte, im V drin. Also Wasserpumpe, Lichtmaschine und auch ein zusätzlicher Kompressor, um die Reifen aufzupumpen. Nicht als Ladekompressor wie bei anderen Firmen. Ein Vergaser rechts, ein Vergaser links, miteinander verbunden. Das bedeutet ja auch, man hat, glaube ich, 8 Gänge oder 7 oder 8 Gänge bei diesem Modell. Das hat ja auch ein ganz spezielles Getriebe, den sogenannten Schnellgang. Das war der Maybach-Schnellgang, der ist hier aber nicht drin. Der Wagen ist 1935, 1936 mal mit einem anderen Getriebe ausgerüstet worden. Das ist das Doppel-Schnellgang-Getriebe. Wir haben also zwei Fahrstufen und jeweils A4-Gänge. Ich brauche die Kupplung nur beim Anfahren und das andere wird mit Unterdruck vom Vergaser geschaltet. Wer kauft denn damals so ein Auto? Wir können ja so lange schon mal die Motorhaube wieder zumachen, dass wir auch nochmal den Gesamteindruck dieses Autos sehen können, der bis zu drei Tonnen wiegen konnte und eine Zuladung von 900 Kilo vertrug, also auch fast einer Tonne. Das war wirklich so das Beste, was man an Oberklassefahrzeug bekommen konnte. Fritz, komm, wir gehen ein bisschen hier nach vorne, dass wir das Auto besser sehen können und auch einmal diesen Bug und dieses herrliche V12-Zeichen erkennen. Wer kaufte denn damals so ein Auto? Ja, wer kaufte sowas? Das waren durchaus wohlhabend, um nicht zu sagen reiche Familien und auch Betriebe, mittelständische Betriebe, zum Beispiel die Familie Oetker hat einen solchen gehabt, die Firma Krupp hat natürlich einen gehabt, Thyssen hat einen gehabt, wenn Krupp einen hat, muss Thyssen auch einen haben, die Schweizer Nationalbank hat einen Zwölfzylinder gefahren. Ausgesuchte Kunden auf jeden Fall. Ausgesuchte Kunden und natürlich Adel, wohlhabende Adel. Aber sehr erstaunlich, wie man hier sehen kann, sie mussten nicht immer schwarz sein. Das ist eine Farbgebung, die seinerzeit zeitgemäß sehr schick und modern war. Man wandte sich ja auch an sportliche Kunden. Das gerade bei dieser Form, es gibt natürlich Zwölfzylinder Maybach als Pullmann-Limousine, diese etwas sportliche Form war sicher jemand, der Erstbesitzer ist mir nicht bekannt, der selber gefahren ist und die sportliche und auch die Leistung des 8 Liter mit 200 PS, 200 PS war damals sagenhaft viel, ausnutzen wollte. Jetzt sind wir mal ehrlich, wenn man mit dem schnell fährt, dann braucht man wahrscheinlich die ganze Fahrbahnbreite oder mit dem Fahrwerk, was er hat, oder? Da kommt die ja schnell. Da muss ich dir widersprechen. Der läuft eigentlich, er hat sehr schöne Fahreigenschaften, läuft wunderbar geradeaus, entsprechende Straßen vorausgesetzt und es ist auch heute kein Problem, mit diesem Auto noch einige hundert Kilometer hintereinander wegzufahren. Ich denke mal nur, die moderne Generation vermisst eine Servolenkung, oder? Bei dem Grundgewicht, was wir hier haben. Insbesondere beim Einparken. Das ist natürlich etwas schwierig, bei drei Tonnen Gesamtgewicht oder beladen, dreieinhalb Tonnen vielleicht. Aber ich denke, wer einen Maybach fuhr, der kümmerte sich nicht um eine Parklücke. Der hat da geparkt, wo er wollte. Ja, Maybach, die Krone des Automobilbaus in Deutschland bis 1940. Das ist der fabelhafte Maybach DS8 von 1932. Der Zwölfzylinder von Fritz Hardach aus Oldenburg, bei dem wir uns ganz herzlich bedanken. Das ist das richtige Auto zum Saisonstart. Denn Bremen Klassik Motorshow, wir starten die Saison. Also, wir starten die Saison.